Während Amira in Spanien die ersten Sonnenstrahlen genießt, plant scheinbar Oliver Pocker nach London zu fliegen. Allerdings sorgt er für Verwirrung mit seiner Buchung im Hotel. Ist er etwa nicht alleine unterwegs? Die beiden haben die letzten Wochen oft für sehr viel Wirbel in den Medien gesorgt. Denn ihre plötzliche Trennung schlägt ein und alle wollten wissen, warum. Angeblich habe Amira mit einem anderen Mann geschrieben. Als ihr damaliger Ehemann Oli das sieht, flippt er aus. Bis heute hält sich dieses Gerücht hartnäckig in den Medien. Ihre Beziehung, die auf der App Tinder ihren Ursprungfang endet. Doch scheinbar haben sie wieder hin und her gewischt und neue Leute kennengelernt. Denn Amira macht Spanien mit einem TV-Moderator unsicher. Und Oliver Pocker fliegt zum Fußballfinale kurzerhand nach London, wo Dortmund um den Pokal kämpfen kann. Doch wer begleitet den Komiker? Immerhin ist auf der Buchung ein Zimmer für zwei reserviert. Begleitet ihn etwa seine neue Flamme? Oder doch nur ein Kumpel, mit dem er sich das Spiel anschauen will? So viele offene Fragen und keine Antwort von Oliver Pocker. the music von Oliver Pocker